Weil es für mich wichtig war, an einem Bereich zu schaffen, in dem es für mich sein muss, wurde ich ein Master an der Science & Genie de l'Environnement gemacht. Mein Job war ganz aufgewissnungsreich. Teilbereiche sind Dimmwelt- und Ressourceneffizienz, kontinuierliche Verbesserung der Qualität des Prozessors am Service.tm und verwalten vom Instandhaltungsmanagement-System für sicherzustellen, dass es sich an einem betriebssicheren Zustand sind. Im Umweltbereich haben wir zum Beispiel ein strukturiertes System für Dufalltrennung und für eine konform Lagerung und Handhabung von den Gefolgsstoffen begestellt. Dafür haben wir auch ein SDK-Zertifikat. Wir kommen nicht zu lang, Gefolgsstoffe zu benutzen. Dafür muss eine richtige Handhabung, Lagerung und eine korrekte Entsicherung garantiert werden. Eine gute Organisation ist für den praktischen und effizienten Auflauf am Betrieb ganz wichtig. Die Disziplin wird teilweise großgeschrieben und ist für eine nachhaltige Zukunft. Wir versuchen zusammen mit den Äquipen den Tabelsplatz sicher, proper und organisiert zu halten, aber auch nicht, dass wir hier Realität aus den Ahnen verleihen. Ich lasse nur noch etwas zu suchen, weil die Kommunikation mit denen hilft mir, eure Herausforderungen besser zu verstehen. Das ist interessant, weil du begleiten und beruhigst mir die Kippen im Terrain. Und das ist eine flotte Aufwässerung an meinem Beruf. Im Bürohilfe mir ist ganz oft geischenseitig und ich kann meinen Kollegen auch immer im Rot freuen. Zusammenarbeit ist mir immens wichtig. In diesem Bereich ist viel Bewegung dran und die ganz moderne Sägerung ist wirklich spannend. Dafür könnte ich mir in Zukunft auch vorstellen, mich bei der CFL nach möglicher Welt anzusetzen. Wir machen unseren Kopf- outros. In diesem Bereich wird schon wieder aufklopcht sein und der Kippen итог. Frau St hoşzähl, Lange regelversch Becca Silber, denn sie da? 见 engraverst although angeément und ehrlichไป handeln.